Hallo Leute, in diesem Video habe ich ein paar Beschäftigungsideen rausgesucht. Ein paar Spielzeuge, die ihr selber machen könnt. Ja, und ich hoffe, dass sie euch gefallen und dass ihr sie auf jeden Fall nachmacht. Ich habe noch ein paar andere richtig coole Ideen. Also wenn ihr gerne einen Teil 2 oder vielleicht sogar schon einen Teil 3 wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Dann würde ich mal sagen, los geht's! Das erste Do-it-yourself ist die Heusocke. Dafür braucht ihr natürlich einfach eine saubere Socke, Heu, ein bisschen Band und eine Schere. Und dann auf jeden Fall darauf, dass es aus natürlichen Materialien ist, damit es für eure Kaninchen nicht gefährlich werden kann. So, dann nehme ich mir einfach die Socke und schneide oben das obere Stück ab, damit ich einfach dann besser da rankomme. Dann mache ich noch in den kompletten Socken viele kleine Löcher rein, die ich dann mit dem Finger so ein bisschen auseinanderziehe, damit sie halt ein bisschen größer werden. Seid dabei auf jeden Fall vorsichtig, dass ihr euch nicht schneidet. Dann könnt ihr eure Socke jetzt mit Heu oder Kreuzern befüllen. Ich habe jetzt hier noch ein paar Erbsenflocken reingetan und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, die richtig schön voll zu machen, damit die halt nicht so schnell leer geht, weil bei mir war die am anderen Tag direkt wieder zur Hälfte leer. Ich habe jetzt hier noch ein paar Erbsenflocken reingetan. Zum Schluss könnt ihr die Socke oben einfach zubinden, außerdem das Heu noch so ein bisschen rausziehen, dass die Kaninchen dann leichter rankommen. Und ich habe das Ganze dann einfach an dieses kleine Puppenbett von Ikea gehangen, damit es auch in der Luft ist. Ihr könnt es natürlich auch genauso gut auf dem Boden legen. Und ich muss sagen, dass die Kaninchen das wirklich sehr gerne benutzt haben. Und es war, wie gesagt, am zweiten Tag auch schon zur Hälfte leer. Und ich finde, es ist eigentlich eine ganz schöne Abwechslung, so mal das Heu auch ein bisschen anders anzubieten, sodass vielleicht auch mal ein bisschen mehr dafür getan werden muss. Das zweite DIY ist diese Äste-Rolle, die die Kaninchen wirklich sehr gerne gemacht haben. Und dafür braucht ihr einfach Klopapier, eine Schere, Äste und vielleicht noch ein bisschen Heu. Dann solltet ihr mit einer Schere oder einem Messer kleine Löcher in die Klopapierrolle machen. Am besten immer so parallel, dass ihr die Äste dann danach durchstecken könnt. Dabei müsst ihr richtig vorsichtig sein, da kann man sich richtig schnell wehtun. Musik 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 Dann nehmt ihr eure Äste und steckt die kreuz und quer durch eure Klopapierrolle. Dann habe ich noch, um das Ganze ein bisschen zu befestigen, einfach die runtergefallenen Blätter und noch ein bisschen Heu dazu gesteckt, damit es besser hält. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Das dritte und damit letzte Do-it-yourself ist dieser Eierkarton. Ich nenne es einfach mal Futterbox. Der hat allerdings nicht ganz so gut geklappt, weil ich da noch ein Band durchgemacht habe. Das sage ich euch aber gleich nochmal, warum. Ihr braucht natürlich einen Eierkarton, eine Schere, Heu, außerdem Obst und Gemüse. Bis zum nächsten Mal. Dann schneidet ihr einfach euer Obst und Gemüse klein. Ihr könnt natürlich auch Leckerlis oder alles andere, was ihr gerne benutzen wollt, benutzen. Von der Banane habe ich übrigens nicht so viel genommen, weil diese sehr viel Zucker enthält und meine Kaninchen das auch nicht so gewöhnt sind. Dann macht ihr einfach in euren Eierkarton, wo kein Plastik mehr dran ist, Löcher rein. Ich habe das jetzt einfach oben gemacht, aber ihr könnt es natürlich auch anmachen, wie ihr wollt. Seid dabei auf jeden Fall nochmal vorsichtig. Und dann könnt ihr das einfach befüllen. Ich habe jetzt Heu genommen, dann natürlich meine geschnittenen Sachen. Aber ihr seid da völlig frei, was ihr da reintun wollt. Und dann habe ich dann auch ein Bantum gemacht. Das würde ich euch allerdings nicht empfehlen, weil das für die Kaninchen einfach zu schwer war. Das kann ruhig offen bleiben. Ja, und dann könnt ihr das entweder irgendwo hinhängen oder einfach so auf den Boden stellen, wie ich. Und ich kann euch sagen, dass das den Kaninchen wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Also diesen Schritt würde ich halt an eurer Stelle weglassen, einfach weil es für die Kaninchen ein bisschen zu schwierig ist. Das war es dann auch schon mit dem ersten Video zu dieser kleinen Reihe, sag ich mal. Ich habe noch sehr, sehr viele andere Ideen und würde mich freuen, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Dann würde ich euch die anderen nämlich auch noch zeigen. Und vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!